Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute bauen wir endlich mal diesen Sender und dann gehen wir zu Top of the World und danke. Noch mehr? Das ist toll. Das ist cool. Und dann werden wir endlich, ähm, zu, zu Top of the World gehen. Ich habe gerade Energie getrunken, es tut mir echt leid. Und da halt die Quest beenden. Habt ihr gerade den Rokla bemerkt? Das war in-game. War nicht mein PC. Ach, hier wohnt jemand. Oh, hier kann ich das kaputt machen. Oh, ich bin jetzt gesucht. Ungünstig. Wie kommt man hier rein? Er schießt mich hier rein. Ist mir egal. Nein. Ja! Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ich baue hier. So. Äh. Questgegenstände. Bestärker. Es tut mir leid, aber ich musste hier bauen. Jetzt guckst du mich so scheiße an, ne? Ich mein, wenn ich jetzt schon gesucht bin, dann kann ich mir auch ein bisschen Spaß erlauben. Erst mal den ganzen Schrott abladen, weil das ist der wichtigste Teil. Ah, mein Versteck ist voll. Nehmen wir alle Splittergranaten mit. Splitterminen. Nehmen wir erst mal alle Gewehre hier mit. Oder alle Waffen. Und dann. Rubenhandschuh. Impro-Revolver. Und durch möchte ich gerne behalten. Den hier kann ich ja entwerten. Wir haben jetzt einen besseren bekommen. Stufe 50. Oh, die behalten wir. So. Laserpistole. Kann eigentlich auch weg. Ich muss meinen gesamten Schrott loswerden. Und durch kommt hier keiner. Ich kann ja auf deinem Web nicht mal jemanden sehen. Scheiße. Wie meine Lagerkiste ist überfüllt. Hä? Ach ne, ich habe jetzt extrem viel Platz. Okay, weil ich die Waffen entfernt habe. Okay. Dann legen wir doch jetzt wieder ein bisschen was rein. Ähm, gucken wir mal wie viel reinpasst. Okay, das passt noch rein. Schleier. Das habe ich immer noch dabei. Okay. Und jetzt müssen wir zu Top of the World. Und wir werden höchstwahrscheinlich umgebracht. Aber ist mir egal. Feinde in der Nähe. Scheiße. Aber es sind wahrscheinlich damit die Schütze gemeint, ne? Laufen wir hier raus. Tschüss. Nein, ich komme doch nicht weg. Oh Gott. Der tötet mich. Los. Bin ich nicht mehr gesucht, oder? Aufgeben. Niemand kriegt diese 50 Kronkorken. Ich habe ja keinen Schrott mehr dabei, also dürfte da ja eigentlich nichts mehr sein. Ich habe die Tür nicht gefunden, es tut mir ja leid. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht mehr gesucht. Oh, stell dir vor, ich bin immer noch gesucht. Dann werde ich da gleich auf Top of the World einiges an Gegner haben, weil ich 50 Kronkorken wert bin. Und 50 Kronkorken sind schon eine Stange Geld. Ah, ich bin immer noch gesucht. Geil. Pfiff! Was zur Hölle. Okay, ich befürchte dass hier irgendwo einer ist. Der mich vielleicht töten wird. Gehen wir schnell zu Top of the World. Irgendwie ist das hier ziemlich lecky. Ach, ich bin mal. Ich glaube, der hat es genossen, dass ich hierher gekommen bin. Was leckt das so? Geht doch. Was ist denn das hier so lecky? Irgendwas ist hier auf jeden Fall in der Gegend. Naja, habe ich jemandem 50 Kronkorken geschenkt? Ist halt so. Wenn man zu blöd ist, eine Tür zu finden. Wo ist der denn hin? War das vielleicht ein Cheater? Das war ein Level 109er. Was ist denn der Kollege? Keine Ahnung, da ist es anscheinend nicht. Egal. Gehen wir mal wieder weg. Ich weiß nicht, warum das hier in dieser Gegend so leckt. Ganz seltsam. Ist das hier meine Blutlache? Ja. Aber ich hatte kein Stuff dabei, weil ich alles abgelegt habe. Okay, ich will aus diesem Gebiet raus. Weil holy shit, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hoffe, dass da oben eine Instanz geöffnet wird. Oh, das sind die Server. Wir werden es sehen. So lange Sie mir nicht bei meinem Punktproblem helfen, wird auch diese Taste Ihnen nicht helfen. Ich habe es doch gelöst. Ich habe es doch gelöst. Was will sie denn von mir? Ja gut, dann lenken wir halt noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es da oben endlich ins Reine kommt. Es war seitdem wir da waren. Liegt es vielleicht an diesem Hacker? Ich habe ja die ganze Zeit ein Stöhnen gehört. Ich glaube, das war er oder sie. Keine Ahnung, vielleicht fliegt er durch die Gegend und dadurch, dass die Person immer runterfällt, hört man vielleicht dieses Geräusch. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Sollen die halt machen, was die wollen. Im Endeffekt war es halt nur, weil ich gesucht wurde. Aber es war halt schon ein bisschen auffällig. Man bräuchte hier eine Killcamp. Äh, Camp. Ja, guck mal. Alles wieder normal. So. Hallo? Ähh. Gibt dich zur Nationalen Funkanlage? Hä? Okay, geben wir weiter. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. ja mensch ist das etwa schon fertig wie lange haben wir gebraucht zehn minuten cool zehn minuten ladestream hat mich gefreut aber es scheint hier jetzt wieder ordentlich zu sein so wer ist denn hier ab start gedrückt wer ist denn hier alles in der nähe was zu hell ist hier los jetzt sind hier keine spiele mehr in der nähe jetzt ist plötzlich irgendwer von denen hat hier und nicht gedeckt glaubt es der halten wir uns von dem fern ist das da hinten genau da wollen wir hin ladescreen of doom heilige scheiße muss das hier so hell ist vielleicht hier in der atombombe geplatzt oder so genau hier in dieser stelle ist das licht von da oben dann weiß ich auch nicht was da los war immer gehen wir einfach weg dies muss man sich wirklich nicht antun ach hier war ja aber ich habe ja sowieso keine sachen dabei ansonsten hätten wir hier die werkstatt benutzen können das weiß ich noch also durch hier diesen platz werde ich mir immer merken weil ich da meine sachen auseinander gebaut habe es war noch zeiten vor ein paar folgen ich habe das gefühl dass irgendwer mich verfolgt so ab in ein neues gebiet leute war nicht mehr so viel munition wird zeit dass ich auch mal in der bastelwerkstatt bei mir zu hause bekomme der habe ich ja nur ein labor wird hier spiele ich wirklich die weiter damit ich mir munition herstellen kann aber was ich cool finde ist dass der questmarker quasi mir eine andere putze gezeigt hat weil da weil da tatsächlich eine bastelwerkstatt war der hat wirklich die nächste bastelwerkstatt gesucht wenn wir da halt noch ein anderes spieler ist dann zeigt aber die an finde ich gut auch wenn er damit quasi mir gezeigt hat oder ein spieler ist auch scheiße okay hätte ich ihn nicht anschießen dürfen? ist das eine höhle? ist das die höhle des modmanns? nein ich muss sagen ich habe ein bisschen pipinose ich weiß nicht ob das eine legendäre figur ist weil der modmann ist halt irgendwo eine legende und deswegen habe ich so das gefühl dass der halt eine legendäre kreatur ist die man töten kann aber ich glaube einfach so angegriffen hätte er mich nicht er sah schon ein bisschen furchterregend aus mit dem ganzen nebel und so aber ich wollte ihn zumindest einschießen um zu gucken wie viel schaden ich mache hallo kupfer oder ich sehe da hinten ein bot mr messenger der boote hallo hallo ich könnte Hilfe gebrauchen meine güte bei einem unglückseligen streit ist mein positionssensor aus dem sockel gefallen und ich stecke hier fest da ich mich ohne ihn nicht bewegen kann ich glaube nicht dass ein techniker verständigt wurde aber da sie jetzt hier sind wären sie vielleicht so nett den positionssensor zu holen und wieder einzusetzen ich weiß nicht ob ich das möchte äh was haben wir denn hier runde futter in der dose lassen wir uns noch die hotdogs rein ey lass dich mal in ruhe ne ist der hier um die ecke gut schwer ist was anderes da ich jetzt weiß wo ich bin kann ich mich wieder bewegen ich stelle dort draußen immer noch eine erhebliche gefahr fest es wäre unverantwortlich von mir diese unglaublich wichtige nachricht allein zu überbringen laut mitarbeiter leitfaden abschnitt mit c39a ist es mir gestattet eine entschädigung für hilfe in gefährlichen situationen zu zahlen wenn sie bereit und gewillt sind mir zu helfen werden sie belohnt ausgezeichnet wie sollen wir dann los hm ich weiß nicht ob du läufst eigentlich nicht in die richtige richtung so lange nicht der mod man kommt dann bin ich glücklich wir sind etwas spät dran aber die nachricht wird an ihren bestimmungsort gelangen das ist das wichtigste ich habe gerade auf die karte geguckt ein schaden und du warst tot na komm wir machen wir machen den boten ich möchte endlich meine kleidung haben von wo so dude fährt einfach weg ich habe aber nicht mehr viel munition das heißt da dürften nicht viele feinde kommen dude sonst kriegen wir probleme ich tippe mal darauf dass man hier den moffman suchen muss im wald diese nachricht wird überbracht und wenn es das letzte ist was wir tun nein du krankes ding nachdem wir diesen unsinn hinter uns haben müssen wir uns beeilen und unsere arbeit erledigen ich bin krank ich bin sehr froh dir geholfen zu haben kleiner irgendwie das wegen dir bin ich jetzt krank und ne schrotmuni haben wir noch ganz ganz viel deswegen nutzen wir die erstmal nicht richtig zu sagen wie das scheint nicht richtig zu sein jetzt falsch tut wo willst du hin du gehst da jetzt nicht da rein wo die kackpratze ist oder scheiße okay diese falle werde ich nutzen ignoriere mich einfach kackpratze ignoriere scheinen täglich irgendein rohling davon an diese nachricht zu überbringen scheiße man tritt in die falle hier die ist nur für dich tritt doch rein oh scheiße jetzt sind hier schon oh ich werde verprügelt oh gott ich werde von allen seiten verprügelt okay da ist eine riesen kackpratze oh da kam gerade einer da kam gerade einer ich bin hier danke leute danke albino kackpratze mal du ja da da wär noch einer oh oh sie geht auf mich. Ich hab keine Power-Rüstung. Was geht mir hier ab? Er steckt fest. Er steckt fest. Ihr kümmert euch um den Albino und ich um die komische Kackträtze hier. Oh, ich hab Belohnung bekommen, weil hast du mich? Er hat eine Granate aus Versehen getroffen. Wieso heilt er sich? Wieso heilt er sich? Der heilt sich. Was zum... Okay. Hä? Achso, es laggt. Geil. Ich stell zur Albino. Ich muss ihn plundern, solange es noch möglich ist. Ach, gut. Ja, geil. Das bringt nichts. Der heilt sich. Was für ein Cheater. Der ist nicht tot zu kriegen. Gehen wir zur Quest. Au. Leider ein Nährstoffentzug. Wegen Parasiten. So, hier ist keiner mehr. Dude, wir können weiter. Guten Tag. Das Problem ist, dass das Viech ist halt unsterblich. Das bringt ja nichts weiterzumachen. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Arbeitgeber beschlossen hat, Ihre Stelle mit sofortiger Wirkung zu streichen. Ihre persönlichen Gegenstände werden wir Ihnen innerhalb von acht bis zehn Geschäftstagen per Post zukommen lassen. Vielen Dank für Ihren Dienst in unserer Firma. Kommen Sie am Urtag nicht zur Arbeit. Andernfalls wird das Sicherheitspersonal Sie vom Gewinde entfernen. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Ist der unsterblich immer noch da draußen? Ja. Los, Mr. Handy. Töte den unsterblichen Kackbratze. Ach, ich habe mich gehalten. Ja, es ist... Der hält sich immer. Ja, danke, Leute. Thank you. Und jetzt? Jetzt verstecken wir uns hier vor der Kackbratze, oder was? Gehen wir einfach. So. Wie viele Punkte habe ich jetzt? Ist das hier irgendwo? Atom-Shop? Ey, ich habe genug. Ah, ich habe genug. Leute. Es ist teurer geworden. Es war 1200. Es war 1200. Ich bin mir sicher. Bullshit. Naja. So. Unsere Quest ist irgendwo da hinten. Wo sind wir jetzt genau hingelaufen? Oh, das geht eigentlich, ne? Ach, ich muss noch meine Leiche einsammeln, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch Hilfe bekomme. Deswegen dachte ich, ja gut, gebe ich auf. Kann ja keiner riechen. Da liegt mein Zeug. Mein Stuff. Ach, guck mal. Einen haben sie hier auch getötet. Holzreste. Hat sich gelohnt, alles zu holen. So, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Also, Events geben natürlich viele Punkte, wenn man sie im Shop ausgeben kann. Aber Events sind halt so, wenn man sie kennt, dann kennt man sie. Ne? Also, es würde mir jetzt nicht viel bringen, Events nochmal mit euch in der Folge zu machen. Vielleicht Solo. Vielleicht, wenn ich genug aufgenommen habe, mache ich das auch. Also, ich irgendwie Ressourcen sammle. Und mich dann... Ja, ich muss früher oder später, muss ich mich auf Folgen vorbereiten. Auf große Aufnahmen. Weil mir die Munition natürlich schnell ausgehen wird. Und vielleicht gehen wir irgendwann eines Tages auf Mothman Jagd. Das wäre cool. Das sind meine eigenen Schritte, die mich verfolgen. Das Problem ist, dass man die eigenen Schritte hinter einem hört, aber nicht unter einem. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. So, da müssen wir hin. Oder ihr habt nicht mehr viel Munition. Oh, 16 Stück. Das ist nicht wirklich viel. Okay, es hat nicht so weh getan, wie ich gedacht habe. Mal sehen, was uns hier erwartet. Schmerz! Wieso war das eine weibliche Stimme? Wieso sind hier alle tot? Ist hier irgendjemand? Vielleicht war einer von denen hier gerade. Naja. Wir haben es ja gleich geschafft. Nur noch das kleine Stück. Aber genau dieses kleine Stück, das werden wir uns morgen vornehmen. zu einer neuen, frischen und leckfreien Folge. Haut rein! Euer Zero. Tschüss!